im oder auch nicht durch die städte kommen ob die europäische lasst mich einfach ich habe gesuchte verbrechern kommt dann blinkt schon geilen hier alle er wurde es sei die alle jahre unter dem und weiß ja noch eine starke kollegen Warte mal, jo, müssen wir mal hier so, fahren wir erstmal rüber, rüber, boah, das wird ja verändern, die Geschichte, ja, lasst mich durch, ich muss nicht durch, du, du, uah, uah, wow, I will, I'm sorry, uah, warte mal hier rein, no, boah, der war gut, ich kann ich gut kochen, gut, haha, und abbiegen, fahr richtig gut, mal gucken, was unser Doktor zu sagen, halt, bin ja sehr gespannt, ich fahr wieder wie besoffen, alter, so echt autofahren würdest du, alter, ich glaub, du kannst die kleinen Lappen abgeben, oder, ich stelle, da bist du gleichfällig, da hast du paar tausend Kops um den Hals, ah, Polizisten, ich finde das Wort im Kops oder so, oder Police viel cooler im Englischen klingt das als im Bolschen, Polizei, klingt irgendwie so, hm, nicht so cool, wo ist denn der eigentlich, der Doktor, bin ich so richtig abgebogen, ich hoffe, ja, scheinbar so, boah, der geht echt gar nicht, gar nicht, das übelst schnell, das gefällt mir, hä, boah, ich fahr höchstgeschwindigkeit, boah, Autobahn, mein Lieblings, meine Lieblingssache, und ja, jetzt pass mal auf, Anbremse, bitte noch, dass es klappt, einfach gewendet, so, in den Schirm, wir rein, ne, noch ein Stück, so, wir müssen mal schauen, wo wir reinkommen, hier vielleicht, aha, schlau, hallo, Herr Doktor, Vicky, was ist Ihnen denn? Komm in, Michael, ach, Michael, Mensch, Thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been, uh, acting out, that's what you would call it, I think, right? Acting out. So, what exactly has been the problem? It's getting lost. I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry, do you hear that? Tell me. I don't know. Well, I guess we've been having these conversations long enough that I, I can recognize a trigger when I see one, you know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son, my daughter, my wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode, you know, actually it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? I, I, I've been out of control, Doc. I think I got, you know, an imbalance or something. You know what I mean? One minute I'm one person, and the next minute I'm another person. And you sometimes feel you're not responsible for your actions. It's all denial. Well, I don't know. I really just want to be happy, Doc. Is that so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure if that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Now, what I'm addicted to, is not getting killed. But for some reason I can get my ass in the situations where getting killed is a little hard to avoid. Ich mach mal kurz eine Pause, weil das ist echt relativ viel zu übersetzen jetzt. Also, der sagt erstmal, also ganz am Anfang, wo er reinkommt, sagt er, hallo, mir geht's ihm so. Jetzt erzählt er dem Doktor, was er alles erlebt hat. Hatten ist, ist sehr, gehört ihn sehr gespannt zu, der Doktor. Und das hat angeschossen worden, dass er halt mit Gangs zu tun hat, dass er halt seine Frau oder seine Frau betrogen hat und so weiter und so fort. Also, er erzählt alles, was wir vorher schon gesehen haben oder auch, was er erlebt hat und dann will er halt wissen, was er nun machen will und er erzählt ihn auch noch, ja, über seine Probleme, was er halt hat, Finanzen, also er braucht diese Million, um die Scheiße wieder zu beheben, was er verzappt hat. Was ist mit den Leuten, die du töten? Ja, aber das ist nicht für Spaß. Bist du sicher? Was hast du eigentlich gefragt, Doktor? Am ich ein Psychopath, der Spaß macht, oder ein Psychopath, der nicht über die Regeln hat? Komm, wir haben bereits diese Konversation, richtig? Ich bin nicht. Ich bin nur ein schmerz, wachsend-uper Jock, der kann sich nicht um den Fakt, dass seine Fußball-Karriere in der Hochschule nicht gespielt hat, wie er geplant hat. Die einzige Art, in dem ich bin, und kompetent, ist mit einer Gange in meine Hand, oder einem Preis auf meine Hände. Du bist sehr defensiv, Michael. Du denkst dich, ein Fehler? Ich versuche dich, um zu hören zu meinen Problemen zu hören. Ich bin rich, ich bin miserable. Half the time, meine Kinder können mich nicht beheben, die andere half, meine wife ist schützend auf mich. Ich töte Leute ohne Regulierung, Dok. Ich bin ziemlich average für diese Stadt, wirklich. Moment, das ist die Chance. Ich denke, ich habe ein Breakthrough hier, Dok. Das, ich denke, nein, nein, ich weiß, dass ich einfach so schmerz, dass ich... Ich bin sicher, dass du bist, aber das ist wirklich alles, dass wir Zeit haben, für ihn. Bis zum nächsten Mal. Okay. Also, das interessiert sich den Scheiß, den Doktor. Ja, okay, da hat er nicht so viel abgeschnitten. Ist schade eigentlich. Das war mit der Autobahn. Sieg aus? Ja. Fahr mit der Autobahn. Da steht eigentlich hier. Das ist nur... Oh, Martin. Ah, okay. Ah, Martin sagt mal Löhne. Warte mal, wir müssen jetzt mal auf die Kalle gucken. Mister. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich jetzt mal... Wir fahren ein bisschen Autobahn mal. Nee, Spritztor. Der Sprit muss raus. Geist ja nix. Hey, Ruhe. Hände ja die Pause. Nee. Warte mal, ich bin das irgendwie voll laut. Ich weiß auch nicht. Habe ich da irgendwas verändert? Und... Eigentlich nicht. Horios. Okay. Ich weiß eigentlich nicht. Ah, die Klappe. Ich komme. Du-du-du-du-du-du. Nia. Ey, ich bin ja der Raser. Ich muss eigentlich auf der dritten Spur fahren, ne? Mach schon irgendwelchen Quatsch. Oh, was war denn das? Eine Bodenwelle. Boah. Ich habe Feierhahn. Manche viel verkehrt. Ja, ja. Ja, natürlich. Gut. Er fällt vor uns. Kann man schon schneller fahren. Wir müssen irgendwas machen. Jetzt warte mal. Müsst du. Was machen wir denn jetzt? Michael? Haus. Lester? Hm, komm. Oder wir fahren erst mal. Komm, wir fahren. Ja, wir fahren nach Hause. Müsst du erst mal abbiegen irgendwo. Die andere Seite kommt. Ja, da geht's doch schon. Und hepa, caramba. Und zurück. Müsst du dich abbiegen? Ja, abbiegen. Bei mir gibt's keine Geschwindigkeit. Voller Esser. Volles Owa. Oh. Auto geschottet. Ah, was soll ich jetzt? Witter umdrehen. Gleich hier vorne. Und wieder umdrehen. Warte mal, kann er aus? Nee, hä? Ja, dank. Boah, es ist echt schwierig. Wird er hier runter. Mio. Wird er nicht mehr abbiegen. Er ist hier hochgemoist. Wird er nicht mehr abbiegen.